Wir waren jetzt zwei Tage bei dir da in der Salz-Oase und haben da eine Wirkreise gehabt. Du hast ja dann auch selber teilgenommen. Wie war das für dich? Wie hast du das empfunden? Waren wir bei dir die Räumlichkeitsnutzen und wann da was wirkt? Sensationell. Sensationell. Es ist einfach ein super Kombi gewesen und wir haben wirklich geschaut, dass das zusammenkommt, weil wir einfach die zwei Elemente der Peter mit seinen schönen Erfahrungen und hier diese wunderbaren Räumlichkeiten, um hier tief einzutauchen, wegzutauchen, sich auf die Themen einzulassen, super miteinander und schön kombinieren kann. Und dann sind wir hier auch noch in der Nähe vom Altmühltal. Das heißt, es ist eine ganz wilde, ursprüngliche Natur und das bringt uns einfach wieder zu uns selbst und zu unseren Herzen. Also es waren fantastische Tage und ich freue mich so daran, dass wir da am Ball neben sind und dass wir die Tage miteinander verbracht haben. Und ich denke auch, wir hatten richtig schöne Resultate, eine gute Zeit miteinander und ich freue mich, weil wir einfach auch alle in einem guten Feeling und in einem schönen, in einem schönen, erfrischten Sein wieder heimschicken können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir alle, ich bin Patrizio, dass wir da sein durften und ich bin mir sicher, wir kommen wieder. Ich freue mich. Ich bin mir gerne alt. Vielen Dank.